Wenn man für ein Bergbauprojekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführt, dann nimmt man einiges in Kauf. Höhere Projektskosten, verstärkte Beteiligung der Öffentlichkeit und eine vertiefte Beurteilung des Projektes. Und insofern muss man sich ganz bewusst entscheiden, ob man in die UVP geht oder ob man die UVP vermeidet. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhofer von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien, Graz und Salzburg. Und das mit der UVP-Pflicht bei den Bergbauprojekten ist gar nicht so eine einfache Sache. Da gibt es im Gesetz hinten Tatbestände für Abbauprojekte, aber es gibt dann auch noch Tatbestände für Rodungen. Und alle diese Tatbestände stellen in unterschiedlicher Intensität auf die in Anspruch genommene Fläche ab. Um ein Beispiel zu geben, wenn ich Festgestein abbaue mit Kulisse, dann bin ich erst ab 20 Hektar UVP-pflichtig. Wenn ich Festgestein abbaue ohne Kulisse, also ohne Sichtschutz, dann bin ich schon bei 10 Hektar UVP-pflichtig. Und wenn ich dann in Naturschutzgebieten unterwegs bin oder im Siedlungsgebiet, dann halbieren sich diese Schwellenwerte noch. Und noch komplizierter wird es dann letztlich, wenn ich schon einen bestehenden Abbau habe, den ich erweitern will. Warum ist das gerade kompliziert? Weil da schaut man sich dann die Flächen in Anspruchnahme der letzten 10 Jahre an. Und wenn in den letzten 10 Jahren 20 Hektar in Anspruch genommen worden sind, dann rutsche ich wiederum in die UVP-Pflicht rein. Da komme ich dann schon zum Kern der ganzen Frage, wie wird denn diese Fläche jetzt berechnet bei so einem Erweiterungsprojekt? Und da gibt es ein paar Grundsätze, die sind letztlich relativ weitgehend. Die Grundsätze sagen, ich betrachte alle Abbauprojekte der letzten 10 Jahre, egal ob genehmigt oder nicht genehmigt, also jeden Eingriff, der da passiert ist. Ich betrachte alles, was genehmigt worden ist in den letzten 10 Jahren, egal ob ich es umgesetzt habe oder nicht. Und da lege ich dann auch noch die neue Fläche drauf. Und wenn das in Summe dann eben über diesen 20 Hektar liegt, dann rutsche ich in die UVP-Pflicht. Und das gilt nicht nur, so wie man landläufig öfter mal meint, nur für die grundeigenen mineralischen Rohstoffe, also der klassische Kies- und Schotterabbau, sondern auch für die bergfreien mineralischen Rohstoffe. Die können genauso in die UVP-Pflicht rutschen. Wenn Sie über diesen Tatbestand die UVP vermeiden können, übersehen Sie nicht, dass es auch noch einen eigenen Rodungstatbestand im UVP-Gesetz gibt. Auch der kann Sie in die UVP-Pflicht sozusagen schicken. Der funktioniert ähnlich, aber dann im Detail doch wieder ein bisschen anders. Sie müssen also beides im Blick behalten, um aus der UVP rauszukommen.